recht herzlich willkommen zur folge Nummer 14 von Dwarf Fortress mit dem vorherbues grafikpack ja und therapist haben wir ja auch dabei gut dann wollen wir mal reingucken wir haben letztes mal hier irgendwo einen verloren und ja unser broker hier ne bookkeeper record keeper ist derjenige der jetzt ziemlich unhappy ist weil er das wohl mitgekriegt hat gut wir haben aber schon den auftrag gegeben da unten wen zu beerdigen oder so mal rein gucken wie weit das fortgeschritten ist da ist der kaffee doch schon da genau und den kümmern b allow pets nee oder dann machen wir nicht und allow citizen ja gut dann sollte da jemand beerdigt werden können ok gehen wir mal wieder hoch was haben wir hier für einen raum einfach nur so ein raum ja was wollen wir da machen das ist die frage hier sind schlafräume die sind da eigentlich auch nicht günstig gelegen weil direkt darüber ja andere räume sind hier das fechten und so macht bestimmt krach und so ja dann müssen wir mal gucken ob wir das noch abändern vielleicht machen wir nicht gut gehen wir erstmal hier noch mal gucken küche und so das ist da essen wird hier gemacht ja dafür noch farmplots aber da wird angebaut erstmal das sollte eigentlich auch erst mal reichen was haben wir denn da alles drinnen das ist noch eine frage quail bushes pigtail kreed sweet pots quail bushes plump helmets und hier werden auch plump helmets angebaut ok hier dimple cups dieses feld wird gar nicht angebaut oder doch interessant da ist aber nichts ausgewählt oder da ist auch nichts ausgewählt sehe ich das richtig dann würde ich mal sagen machen wir hier mal ein x für remove building gut und warte mal dass darunter dann auch und dann machen wir nicht mal dass das muss auch weg x das soll ja einfällt werden und ich zwei das wäre blödsinn gut noch mal gerade gucken das ist das ist da ist auch noch ein feld was nicht genommen worden ist und hier ist ja noch mehr ja vielleicht sollten wir hier neues erstellen gut da gehen wir mal gerade raus dann auch d farmplot wo haben wir die in der p und damit und kaum so nah aber das passt schon mal so dass ich schon mal vollkommen ein feld passt machen wir machen und das andere und das ist so und k ist so und passt auch oder fertig das wird auch noch einer gut da müssen dann bauern hin und die müssen das machen wie sieht es außen aus da ist ein stück mauer schon dazu gekommen aber auch nicht richtig viel unsere ding ist ja schon unsere zugbrücke ist da funktioniert glaube auch haben wir schon getestet jetzt mir zu auffällt ist dass wir überhaupt keinen dining room gemacht haben bis jetzt oder ich bin jetzt echt überlegen ob wir den dining room nicht hier machen und die combat kampf einheiten hier hinsetzen beste wäre natürlich hier dass wenn kämpfe sind dass die dadurch den gang durch müssen gut aber machen wir nicht dick dick und gehen wir mal hierhin hierhin so dahin und hier unten ist das die mitte ich glaube ja da machen wir auch noch ein kästchen weg genau dann kann das ausgehöhlt werden und dann werden wir umbauen und dann werden wir umbauen die kampfarena kommt dann dahin oder kampfarena ist so gut gesagt die die baracken und da machen wir einen essensraum raus hier ja würde ich sagen das ist eine gute idee so dann würde ich mal sagen lassen wir gerade einen moment mal laufen gucken wir was passiert kommen farmer die das da umwandeln ich will mal hoffen der bergmann ist schon mal da der hüllt da schon mal aus gut nur aufs truck hotel sehe ich jetzt nicht so wirklich irgendwo dass es da ist oder kann ich das denn direkt anwählen wir so location ok das ist da das ist ja interessant nochmal escape und a und das so war dann das ist das andere ok das passt schon ok weiter laufen lassen da sind noch andere viele edelsteine aber wie sehe ich das gucken wir mal was das andere ist das soldatunnel ist fighting ich hoffe das ist jetzt nicht hier gewesen das war noch vom letzten mal gut da wird aus gehört weiter das ist auch prima wie gut ist denn der das ist jetzt hier noch die frage wollen wir doch mal gerade angucken oder mining 17 war das genau hier da ist er machen wir gerade die bällen weg und alle einmal 17 und vier haben wir okay wir haben zwei leute ja an der pick axt gut kurz da wieder rein geht der voran er ist immer noch unhappy das wieder ins lot kriegen weiß ich auch nicht so da geht es jetzt voran oder nicht jetzt hat er Durst der geht was trinken oder gucken wir mal gleich rein getränke haben wir 128 anderes haben wir 152 das funktioniert schon mal alles das ist schon mal gut sieht haben wir auch noch kitchen 189 plump helmets das haben wir ausgeschlossen aber hier du haben wein okay das brauchen wir auch nicht zu kochen dass wir auch blöd sind die eier können wir alle kochen und hier oben was ist das plump helmets die sollen auch nicht gekocht werden genau gut ok stone stocks gucken wir mal gerade in die stocks rein da ist reichlich drinnen und slabs dann ist da jetzt nur einer unten gewesen oder ne da geht es nur weiter ok mechanics haben wir da auch noch alles gut alles prima gut ok und ist dies ist ja wohl nix naja oder keine kriminellen da gut gut und und ich glaube dann ist der koch der nächste das machen kann es geht um z und dann haben wir das da oder ja ja gut weiter dass es vorangeht die gehen alle trinken das ist auch prima so da oben laufen noch zwei lang was machen die achso die holen plump helmets oder sowas das ist prima prima die haben gepflanzt der koch da ist los und hat es geholt gut ja wo war denn jetzt nochmal z war das kitchen da war das nicht nein und und stone stocks ne jetzt bin ich gerade auf der suche nach ach hier war das pets und da sollten wir mal gucken ob wir da irgendwas schon mal ne das war auch nicht hier mit dem schlachten wo war das denn in der küche oh man äh gott ne das ist jetzt mehr entfallen wo ich das einstellen kann ich war fest und überzeugt dass ich das hier machen kann kann ich auch ich muss das erste mal enter drücken dann funktioniert das auch so da haben wir hunde und die gehören jemanden oder sowas oder haben namen dann lassen wir die mal besser da das ist auch alles gut kb war die haben alle namen stray chick stray chick wann ist das alles kleiner noch ne figlet lamb pussy puppy sagut tun kenne ich nicht stray chick ist das ist das denn schon ausgewachsen horsefowl horsefowl roter bovlocal vodokimu vodokos hunde ganz ja da müssen wir wohl auch gerade gucken wie die da draußen aussehen ne und das sind die kleinen oder das stray chick das sind noch die kleinen ok das geht also noch nicht das müssen wir noch so lassen die mauer wird auch größer da rechts sieht man das schön ja vielleicht sollten wir da rechts aber noch gucken dass wir da eine zugbrücke dann hinkriegen ne so wie sieht es aus da wird nichts zurzeit gemacht da steht einer drinnen hier und macht pause oder was komisch gut da wird jetzt weiter ausgehöhlt das ist ja schon mal prima also jetzt interessiert mich der der da ist was der da macht no job der macht da pause interessant da ist wer gewachsen da unten ist da noch mehr gewachsen nein nur einer ne ja gut ok wo haben wir denn den carpenters den haben wir da sollen wir da schon mal mehr kisten und sowas in auftrag geben wäre vielleicht nicht verkehrt oder ja add new tasks aber wir können auf jeden fall aber ne so ein dingens wie heißt es so ein waffending da machen wir aus steinen ne ja genau das machen wir aus steinen hier machen wir jetzt fässer und kisten die machen wir da jetzt wir wollen es ist v machen wir erstmal nur kisten fertig es geht das läuft dann schon mal was macht jetzt der bergmann hier unten sag mal das ist wohl dann stein oder was der macht jetzt hier da das ist schon gut gut das ist fertig dann werden wir jetzt in den dingens gehen in den masons workshop der so rock coffin machen hm a a a a a p und dann machen wir nochmal ein a a und we can track es wie und das machen wir auch hoch okay gut es läuft und was macht der dingens jetzt da unten der bergmann der war dafür zuständig oder sehe ich das falsch no job haben wir den bergmann den job weggenommen und dann müssen wir mal gerade reingucken und der therapist ne der ist noch mason und stone detailing macht der auch komisch warum macht er das nicht oder ist das der zweite da unten wir können aber ne will ich doch wir machen das dass der das auch macht gut so und jetzt kann er das da auch machen wenn der da unten der ist ja jetzt ist er das auch oder was jetzt ist er dahin gegangen was macht er schwierige frage ne ist er jetzt schlafen gegangen ups das war die falsche taste irgendwo ist er aber ich sehe nicht wo keine ahnung wo er jetzt ist da ist er geht jetzt die treppe wahrscheinlich er holten stein alles klar das musste er auch ein stein von da weg holen ist klar gut okay jetzt bin ich echt am überlegen was wir machen die felder blinken hier oben immer noch ne das ist wohl auch noch nicht gemacht holz wird geholt das heißt die fässer werden gemacht das ist am regnen gut was ist hier das dry rum haben wir immer noch oder cobalt sie da oben ne da unten ist das aktuelle gut okay wie sieht es mit der mauer aus ja die weht langsam mehr aber dauert eine ganze weile das lager wirken was wir auf jeden fall noch machen könnten ist draußen mal noch was an farmplots zu machen weil drinnen haben wir zwar welche aber draußen sind ja auch noch sachen die wir machen können b p und da geht das ja nicht dann machen wir das da unten hin da geht es wie geht nicht hier aber das geht doch ne kommt so weiter laufen lassen wie sind das mit den zonen super dass eine riesenzone hätte ich jetzt nicht gedacht dass die so groß ist ja dann müssen wir da unten die farm noch ändern dann mal remove super dass jetzt einer da unten schon gemacht oder was noch mal dahin noch mal dahin suspend construction und ex is remove building jetzt haben wir hier oben irgendwo was oder wie construction in aktiv ich wollte das auch nicht weg machen und auch nicht irgendwo da was weg machen super super kurz gucken nicht dass wir jetzt noch irgendwo die mauer kaputt gemacht haben die wir haben wollen ne das war nur einer ok k k was ist jetzt hier passiert nix 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 einmal i da gut dann müssen wir da oben dann was machen dann machen wir da oben was bp da gibt es doch tatsächlich stellen die man nicht machen kann gibt es da auch irgendwo stellen die wunderbar für unsere zwecke geeignet sind machen wir mal ein weniger in der richtung und einen mehr in der richtung so zack da kommt er hin ist da ja nicht mehr nein ist da nicht gut da läuft der stein durch die gegend und da wird die mauer gebaut wieder ein stück weiter prima gut und was machen wir dann was wird denn hier überhaupt angepflanzt noch ist da schon was neues hingekommen dimple cups ne warte mal das ist sweet pots das ist cape beat und das ist query bushes hier würde pigtails sein und hier würde nix sein weil es noch konstruiert werden müsste und genauso wie da das läuft ja richtig gut hier oben da plump helmets werden angebaut wie ist es hiermit da ist noch nichts passiert oder was ja ok warten wir es ab der da unten hat aufgehört was zu machen weil er keine munition mehr hat zum location ok da ist nichts mehr ist auch gut das heißt wenn wir keine munition haben dann muss das wer machen da der die fässer macht das schon der tischler schreiner keine ahnung kuh der macht noch zwei fässer als new task animal trap cage armors den bett ich will mal hoffen dass da noch irgendwo auch munition ist oder flott geht hat graduate BRAD COINT BINCHEST KWEETEN RUGTABLE Wooten cocks screw wooden ball wooden spike mine screw reopert on crutch shield buckler training spirit training sport training x barrel wooden locks wooden bucket monte animal trap cage hallo floodgate Gibt es keine Pfeile? Aber das muss doch da gemacht werden, oder sehe ich das falsch? Balls heißen die Dinger doch! Floodgate, Hedgecover, Great Cabinet, Bin, Chest, Weepen Rack Table, Wooden Corkscrew, Wooden Ball Five Section, Wooden Splint, das ist nicht wahr, oder? Wer macht dann bitteschön die, 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 sag schon, äh, Bolzen Hm Bei Mason-Array ist das doch definitiv nicht drin, oder? Soundgolf in Dorf, Lottgate, Hedgehog Nee, das wäre auch komisch gewesen, oder ist das der Bogenmacher, der das macht? B B Müsst du Lung, Lose Boyes Workshop Gut, dann werden wir den mal machen Der Bogenmacher Sollen wir den da unten reinsetzen erstmal? Nee, machen wir nicht, wir sitzen den hier mit rein Schist war gut Okay Haben wir so einen, der das auch machen kann? Gute Frage, ne? Pause raus und dann gucken wir mal, ob da gleich einer hinläuft Gucken wir mal grad in den Dwarf Therapist rein, ob wir einen Crossbow Maker haben, haben wir Dann müsste das ja auch funktionieren Der macht auch was da mittlerweile Er holt Holz und macht noch den Fässer und den Ribbon Rack und sowas, oder? Was war dort? Nee, das sollte er ja machen Dann müssen wir mal grad gucken, was da drin ist Ribbon Rack und Amor Stand sind schon beide fertig, okay, dann kann das da oben rein Build Amor Stand Den machen wir da hin Und W war W war W W W oder? Nee, jetzt haben wir was Falsches gedrückt Wo ist der W W W W W? Da, er ist es W war es eben wohl beim Dingens, ne? weiter laufen lassen eine tür brauchen wir noch geht die bilder so geht wohl so oder gut haben wir noch drei über beziehungsweise jetzt nur noch zwei gut so das ist schon da dann brauchen wir noch die tür kommt die auch schon bitte eine tür kommt keine tür doch die tür kommt oder ja da unten läuft sie oder hier gut dann würde ich mal sagen wenn die tür sitzt gehen wir auf den dingens hier den armor stand oder was auch immer ist er mit barracks size room und dann und wer soll trainieren und die auch ok das passt und hier im rhein und dem ist mal remove bilder so die gehen jetzt da trainieren will ich hoffen dann haben alles richtig gemacht und dem ist auch so ein großes renault sowas ist gekommen aha twisted in too many fun it is crazy for blood and flesh its eyes glow aqua its cinnamon hair is long and wavy now you will know why you fear the night aha deswegen war angst in der nacht alles klar press enter to close the window ja pause ist auch drin und wo ist das tierlein ich sehe es jetzt nicht blinkt das irgendwo da oben blinkt was zoom location ja das da oben ist es ja jetzt müssen wir dann den angriff starten oder wie sehe ich das gut dann wollen wir mal gucken dass wir das in der nächsten folge machen ganz einfach ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal dann auch wieder mit dabei seid speier mal ab und dann würde ich sagen bis dann tschüss